Musik Hallo und guten Abend, ich bin Edda und das sind unsere Themen. Schreik, die Bürger streiten wegen des Ordnungsamts. Der Bürgermeister der Pappstadt wird gebeten. Und natürlich Grüße und Party. Und jetzt viel Spaß! Musik Heute Morgen ging es in der Stadt pünktlich um 10 Uhr los. Mit der Pappstadt-Riegelhymne kam sofort tipptopp Stimmung auf. Musik Dann haben wir das PappTV-Team uns vorgestellt und unsere erste Sendung implementiert. Vielen Dank für euer Interesse. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Musik Hallo, ich bin Mirko. Ich habe ein paar Besucher in Saft-Riegelung gefragt, was sie von der Pappstadt halten. Und nun Film ab. Wie heißen Sie? Uwe Und Sie? Stefan Wie gefällt Ihnen die Pappstadt? Wir sind jetzt das erste Mal hier und ich muss sagen, echt toll. Sie sind groß, also so haben wir uns das nicht vorgestellt. Das finde ich positiv. Klasse. Sehr umfangreich, viele Stände, alles unterschiedlich. Urlaub, gutes Konzept. Und klasse. Tolles Verordnungsdienst. Welcher Betrieb gefällt Ihnen bisher am besten? Welcher Betrieb gefällt uns am besten? Der Ökoladen. Ja, der Ökoladen. Also der, der muss ich auch sagen, der ist, also heftig, ja, zukunftsorientiert. Er ist das Design. Ja. Wollen Sie noch jemanden grüßen? Nina, ich grüße die Nina aus dem Ökoladen. Ja, ich auch. Hallo, ich bin Fiene und jetzt seht ihr ein Video, in dem der Streik der Pappstädter gezeigt wird. Außerdem seht ihr ein Interview, in dem wir das Orga-Team und das Ordnungsamt befragt haben. Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Internet-Tipp. Also, hier ist ein ganz wichtiger Streit. Das ist lebensbedrohlich hier. Aber ich finde das wichtig, dass das es gibt. Los, wir streiten mit. Entschuldigung, Entschuldigung, wieso streiten Sie? Was? Wieso streiten Sie? Wieso streiten Sie? Wieso streiten Sie? Wieso streiten Sie? Oh, das. Wir müssen, wir müssen 10 Euro im Parbuk zahlen. Das ist echt fies. Wie bitte? Das ist wirklich fies. Das ist sehr fies. Ihr müsst mitstreiten. Ein wichtiger Streik. Die Bürger demonstrieren, dass sie nicht 10 Parbuk bezahlen wollen. Und wenn sie fern bleiben, müssen sie 15 Parbuk bezahlen. Das geht in die Krise. Deswegen streiten sie. Parbuk für das Bürgersteam. Keine 10 Parbuk für das Bürgersteam. Keine 10 Parbuk für das Bürgersteam. Warum finden Sie das so schrecklich? Das ist für die Orga-Team. Also ich finde das auch bescheuert, wenn man denkt, dass es gleich 15 Parbuk bezahlen wird. Ja, aber wir brauchen kein Orga-Team zur Berufsberatung. Unser Museum, das funktioniert so. Und die meisten Betriebe haben Betriebsberater. Da brauchen wir nicht noch eine Beratung vom Orga-Team. 15 Parbuk, das ist unverschämt. Und darum streiten mein Betrieb. Ja, und man bezahlt ja auch so viel Steuern und alles. Ja, und was macht das Orga-Team? Die sitzen dann ein bisschen rum, trinken Kaffee und wollen dann auch noch Geld haben. Darum weckt das Orga-Team. Kein Geld für das Orga-Team. Finden wir auch. Hier sitzen alle und demonstrieren gegen das Orga-Team. Also, schaut es euch an. Wir machen das jetzt so. Wir ziehen diese Forderung erstmal zurück. Ihr braucht erstmal nicht... In jedem Zug verlangen wir auch von jedem Betrieb, dass er sich Gedanken macht, ist das sinnvoll? Tun wir der Stadt und tun wir unseren Bürgern einen Gefallen, indem wir diese Forderungen aufstellen. Warum... finden Sie diese Demokation wirklich sinnvoll, oder? Nö. Und warum finden Sie das nicht sinnvoll, ist das nicht? Wieso macht ihr das überhaupt, diese 10 Parbuk oder 15 Parbuk, wenn die nicht kommen? Keine Ahnung. Ja, aber Sie sind doch Mitarbeiter, die müssen das doch wissen. Ich bin so wahrscheinlich. Ja, aber Sie müssen das trotzdem wissen, wenn Sie Chef sind. Hallo? Ja, hallo. Ich habe so einen Stammzettel gekriegt. Was für eine Frage nochmal. Finden Sie das wirklich sinnvoll? Keine Ahnung. Kann ich nichts zu sagen. Aber Sie sind doch der Chef. Ja. Ich kann da nichts zu sagen jetzt auf die Stelle. Ja, aber Sie haben das doch mit Ihren Mitarbeitern besprochen. Tut mir leid, ich kann aber nichts sagen irgendwie. Also, wieso habt ihr diese Forderungen und Regeln bzw. Strafen aufgestellt? Also, damit in dieser Pappstadt alles gut läuft und niemand zu viel Böses tut. Also, es muss Vorschriften geben, sonst funktioniert die ganze Pappstadt ja nicht. Okay, wozu braucht ihr das ganze Geld? Eigentlich, wie jeder Betrieb für unseren Betrieb verschönern und Krettbahn zu kaufen und Lohn auszuzahlen. Okay, merkt ihr denn, dass diese Forderung, die Besucher und so, nicht gefällt, dass sie dagegen gestreikt haben? Also, an Besucher, denen nehmen wir kein Geld ab, weil das wäre ja gemein, weil die müssen dafür ja auch noch Euros bezahlen für die Pappus. Das machen wir. Okay, gut. Dankeschön. Wieso habt ihr diese Forderung aufgestellt? Wir haben diese Forderung aufgestellt, weil wir finden, dass ganz viele Kinder hier ganz, ganz viel verbieten und wir wollten den Kindern zeigen, dass das so nicht geht. Okay, unter welchen Bedingungen zieht ihr diese Forderung zurück? Dass die Kinder sich überlegen, dass es vielleicht mit weniger Regeln geht. Okay, habt ihr noch mehr Forderungen oder hättet ihr noch mehr Forderungen? Wir haben noch ein bisschen was im Petto, aber das kommt auch dann darauf an, wie die Kinder das mit den Regeln jetzt künftig handhaben werden. Okay, was würdet ihr mit dem Geld verdienen oder machen wollen? Das wäre dann ja unser Lohn, den wir dann ja wieder bezahlen müssten, um die ganzen Strafen zu bezahlen. Okay, danke. Dann zurück ins Studio. Hey, ich bin Jan. Ihr Pappstatter konntet wieder Grüße verschenken. Wer grüßt ihr jetzt? Du willst jemanden grüßen? Ja, wen denn? Erstmal Jolina und Laura Sitt. Und von Jolina, die Schwester, die hat heute Geburtstag und wird 15. Die kommt auch gleich noch und hilft beim TV-Studio mit. Cool. Okay, danke schön. Ich möchte einmal Marie Robben grüßen. Ja. Und einmal meinen zukünftigen Ehemann und zwar Mareike. Ich liebe dich. Huri. Cool. Wer noch? Meine Mutter. Top. Cool. Noch mehr? Atem. Ja, ich möchte ganz herzlich Karin und Kira grüßen, die aber leider nicht bei mir sind, weil wir das nicht konnten. Und alle, die bei mir arbeiten. Ja, alle, die hier das vorbereitet haben und meine Eltern. Halt. Und jetzt seht ihr noch Werbung. Und morgen seht ihr in dem tollen Pappstadt Kino Fußball und einen Ritterfilm. Außerdem gibt es im Kino eine Märchenstunde und selbstgemachtes Popcorn und Salzersoße und zum Trinken frisch gemachten Apfelsaft aus dem GFZ, Zentrum für Generationen. Hallo. Wie heißt du? Ich heiße Soran Garic. Okay, in welchem Betrieb arbeitest du? Ich arbeite im Supermarkt Baumarkt. Hanna Schreiber. Ich heiße Jolina. Marie. Laura. Viola. Kira. Mara. Deborah. Helena. Sarah. Alexander. Luca. Okay, in welchem Betrieb arbeitest du? Ich arbeite im Supermarkt Baumarkt. Krankenhaus. Ähm, wir sind Optiker und Jubilier. Modelabel. In der Malkerei. Kino. Wie gefällt es dir dort? Mir gefällt es toll. Warum? Ähm, weil ich die Chefin bin und das macht auch Spaß. Ja. Ja, mir auch. Ja, wir haben viele Aufträge. Äh, weil das nicht Spaß macht, Klamotten zu designen. Ja. Sehr. Weil es Spaß macht, die Kunden zu bedienen und ja. Mir hat dir die erste Pabst-TV-Sendung gefallen. Die erste Pabst-TV-Sendung war cool. Gut. Was hat dir am besten gefallen? Die Pannen. Ja, ich fand die Pannen auch besonders witzig. Ich fand es sehr lustig. Also ich fand die sehr lustig und ja, ich freue mich, wenn wir morgen wieder eine sehen. Die Pannen. Die Pannen. Ja. Ja. Also die Pannen. Ja. Okay, danke. Yo, yo, und jetzt kommt die Pannen und Grüße. Oh ja, ich kann die Pannen hier mit Jolo. Es ist genug. Werbung ist der Pannen und ich bin so weit mit Anna. So und guten Abend, ich bin Ella und das ist die Pannen. Allein. Ja. Okay, guck mal. Peace. Peace. Freedom. Auf Wiedersehen. Das war unsere zweite Pab-TV-Sendung. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal, euer Pab-TV-Team. Und morgen seht ihr eine Live-Ausgabe vom neuen Bürgermeister dieser Stadt. Musik. 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 Bis zum nächsten Mal.